Die Pokémon Liga und ihre unglaublichen Herausforderungen. Sind wir diesen gewachsen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist nur zuerst mal die Route 23, die sehr beschissen angefangen hat. Ähm, durchkreuzen und durchqueren und was weiß ich noch alles. Ja, es wird nicht leicht. Aber mit der richtigen Einstellung schafft man ja bekanntlich alles. Und die wilden Pokémon sind sogar viel stärker als die Pokémon, die wir hier sehen. Also ich werde mit dem letzten Parten Huzasa auf Level 56. So, das geht so. Ich glaube Level 55 kann eigentlich gleich den EP-Teiler behalten. Ja, das war mir klar. No sequels anymore. Ach, die Rauner zu schön gewesen. Aber wenigstens hier, Sternstück. Also es gibt relativ viele und kann man ja auch relativ gut verkaufen. Und die Trainer, die zahlen ja relativ viel Geld da. Lässt sich das relativ gut kombinieren. Gut, jetzt haben wir natürlich die Auswahl, wo wir entlang gehen wollen. Okay, da war wahrscheinlich nur wieder ein Item. Oder irgendwas verstecktes halt. Also gehen wir hier lang. So, jetzt sind wir eigentlich auf dem Hauptstück der Route. Wo es wirklich interessant aussieht. Aber das sage ich ja immer. Ist ja mein Standard. Okay, Level 53 und ein Boyerlin. Das ist, jetzt sagen wir mal, nicht das Beste, was ich erhofft habe, dass es kommt. Da macht uns gleich mal die Hälfte Schaden. Das ist nicht so gut. Und deswegen habe ich ja auch dafür was zum Auskontern. Ich gehe ja natürlich nicht ungeplant auf diese Route. Ob es jetzt reicht, ist eine gute Frage. 150, nee. Eigentlich, ja, es hat auf jeden Fall gereicht. Also muss man das gar nicht berechnen, auch wenn es ein Volltreffer war. So, Lucario, da kann unser guter Freund wieder mitreden. Was jetzt natürlich schade ist. Ich meine, es ist ja sein eigener Kampfgefährte. Sozusagen. So, Angriff ist mal eingeschwicht. Und das ist ja sehr wichtig für Lucario. Ein physischer Angriff. So, es ist sehr effektiv. Es müsste eigentlich, ja. Das war das, was ich befürchtet habe, was passiert. Aber es ist ja eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen voran. Und wir halten eine Citro-Beere. Ja, wenn sie meinen, dass die Siegelstraße hier in der Nähe ist, dann bin ich doch froh. Okay, der lässt sich von hier aus noch nicht bewegen. Dieser Stone, der muss wir von der anderen Seite rüberkommen. Und da kommen wir auch noch nicht nach. Aber erst mal kämpfen wir gegen den Kerl. Der zwischen den Büschen lauert oder den Bäumen. Denn dann relativ viele Bäume. Also ist sie eine sehr gesunde Region, wenn man sich's überlegt. Connor. Aber nicht der Connor aus Assassin's Creed. Nicht enttäuschend, die Connor. So, jetzt gibt's einen Kampf der Feuer-Pokémon. Wobei andere Attacken entscheidend sind. Ich wünschte, ich hätte auch sowas wie Flammenfänger, damit's Feuer nicht so sehr wirkt. Aber ich glaub, das hat nur Magma. Auf jeden Fall treff ich ihn dort, wo's ihm am meisten wehtut. Mit der Bodenattacke zumindest. Wir könnten mich gerne dafür verurteilen, dass wir uns so einen Vorteil verschaffen. Gut, Moodle, das ist jetzt ein härteres Gemüt. Aber ich glaub, ein bisschen schneller. Und setzen daher Flammenwurf ein. Das ist sehr effektiv. Ja, ist es. Dann 180. Ja, es reicht, es reicht. Hätte sogar sowieso Step gegeben. Also 135. Ja, Stärke 270. Das ist eigentlich klar, dass das entschieden ist. So, dann wird wieder gechained, 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 gechained. Dass die Weide wackelt, oder was weiß ich. Irgend so ein Sprichwort halt, das mal wieder keiner benutzt, weil's schon so alt ist. So. Das müsste jetzt eigentlich gut funktionieren. Hier. Obwohl ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie ich da jetzt weitermachen soll. Mit diesem Steinschieberätsel. Einfach mal da lang gehen und dann kommt man schon zu so'n Kerl. Der uns da nicht durchlässt. Ja, spitzenmäßig. Ah, scheiße. Danke, Wolfgang. Das hast du spitze gemacht. Okay, Level 53. Strehpulli. Warum bekommt Stoned immer solche Mistgegner eigentlich? Warum macht er uns so langsam? Das ist so schlecht. Das setzt gerade nur auf Defensive irgendwie, aber irgendwie scheint's nichts zu bringen. Ja, der will uns, äh, Ziel ist, der will uns mit einer einzigen Attacke fertig machen. Das gelingt ihm aber nicht. Deswegen singt seine eigene Initiative sehr. Und, äh, das war's halt. Okay, das war's noch nicht ganz. Abgehört, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mann, gibt's die Pumpgun. Trotzdem nur 1000. Sie haben so wenig Punkte. Herokex. Haben wir da irgendwas? Nein. Äh, hat's da irgendjemand anderer irgendwas? Das, ja, schenke ich aber mal Leon in den Kampf. Was kann ich da für Lucario? Möchte ich halt nicht schicken, weil das wäre uns so ein bisschen ungünstig. Einfach mal schauen, also schneller sind wir auf jeden Fall schon, als dieser... Latzhosenträger. Sag mal, könnt ihr auch was anderes? Ach, das ist doch langweilig. Mensch, ich will Attacken sehen. Ich will, dass es mir richtig schwer macht, aber so wird es doch nichts. Also zumindest nicht in diesem Jahrzehnt. Und, äh, wenn wir die Pokémon-Liga oder die Siegesstraße erreichen, muss ich mir unbedingt aufschreiben, wie viele Trainer es gibt, damit ich das auch gut abpassen kann. Ich meine, ich möchte gerne so viele wie möglich besiegen, am besten alle. So, da kommt man nicht durch. Spitz-Mäßig. Ach, da hinten liegt ja noch ein Item. An das man aber relativ leicht rankommt. Die meisten sammeln es noch nicht ein. Weil es so unscheinbar dazwischen liegt. Denke ich mal zumindest. Da oben sind wir schon ein Stück vom Liga-Eingang, der verändert wurde. So, jetzt kommen wir halt von unten rüber. Ah, zukünftiger Champ, der gibt also schon zu, dass wir, ähm, die Besten sind. Was sagt das nicht auch immer? Dieser Guido. Ich würde der Guido höchstpersönlich vermissen. Also, oder Gaido, wie er ja heißt. Der war auf jeden Fall immer ein cooler Gefährte. Oh, das wirkt sogar. Das freut mich ja richtig. Ich hab gedacht, das ist ein reines Gesteins-Pokémon. Oder wirkt es etwa wirklich nur, wirklich mittelmäßig. Also, das ist ja richtig cool. Also, versteht mich nicht falsch. Aber das ist wirklich cool. Gut, bei dem Artgenossen hier wird es etwas schwieriger. Wenn wir mal ein Schlitzer einsetzen. Oh, das ist sogar schneller. Ja, komm. Das ist ein hoffnungsloser Fall, sag ich euch. Äh. Wen schicken wir da? Wen schicken wir da? Müssen wir neuen schicken. Das geht nicht anders. Ja gut, so effektiv war das dann auch wieder nicht. Aber es hat sich rentiert ein bisschen. Gewiss hat es sich rentiert, sonst ja, das war's. Auch mit Stollers. Also in der Pokémon-Liga, also wenn wir die Pokémon-Liga erreichen, dann ist das Training offiziell beendet. Und dann schicke ich die Pokémon so, wie ich sie will. Weil danach, die spielen danach sowieso nicht mehr die Rolle, weil ich nämlich nach den Credits auf ein Backup-Team setze, weil die Pokémon danach einfach zu stark werden. Ich möchte euch noch was gerne vom Hürden-Modus zeigen. Und deswegen machen wir das so. Auch wieder Hut-Sasa, gutes Training. Wutpulver. Aber wir haben es vereitelt, das kann man sagen. Dass das eine Offensiv-Attacke ist, das wundert mich schon sehr. Ich meine, wir kamen auf die Idee, auf so eine... Und das ist das Größte, die Größte Unverschämtheit einfach nur, die man in dem wilden Pokémon-Kampf machen kann, sich heilen. Also der Gegner damit. Also mit Synthese und so. Das Zeug. Zurückgeschwärts kann ich angreifen. Das finde ich als Steinhaar gleich immer cool. Und dann... Jetzt wirst du platt gemacht. Eigentlich fangen wäre ja auch sinnvoll, wegen Level 56, aber ich bitte euch. Ich tausche meinen Stone nicht aus. Das ist einfach nur ein Spezialist. Und Spezialisten müssen trainiert werden. Ja, eher Clara, eher Clara braucht es, weil Leon hat manchmal seine guten Phasen und da möchte ich ihn natürlich unterstützen. Und so fördert man auch seine Pokémon. Das ist so gut, das ist so schön. Die Musik, die motiviert einen richtig. Das freut mich natürlich. Okay, da hinten gehen wir erst später lang. Jetzt besiegen wir noch die da unten. Ne, wir machen jetzt mal hier das Schieberätsel. Das wir natürlich auch aus dieser Perspektive nicht so ganz gut machen können. Es ist Pech, das tut mir leid. Aber wir besiegen die jetzt noch. Du bist nicht so stark. Das kann gar nicht sein. Und im nächsten Part hoffe ich, dass wir mit dieser Route fertig werden. Das sei denn, es gibt hier noch viele, viele Kämpfe. Also so einen schönen Namen. Also wäre ich ein Mädchen, würde ich diesen Namen richtig abfeiern. Leocadia. An alle Leocadias in dieser Welt. Schreibt es in die Kommentare, wenn er so heißt. Ihr habt auf jeden Fall einen schönen Namen. Das hat nicht sehr effektiv gewirkt. Vor allem, was ist das für eine Attacke? Das ist ja schlimm. Da fällt so eine Walze auf einen runter. Das ist so nun auch noch vergiftet, spitzenmäßig. Ja, das reicht erst. Dicke. Ja klar, gegen Akani. Ja. Das schaffen wir jetzt mit... Das ist ja ein perfekter Start für Leon. Warum Gigasauger? Ich war es so gewöhnt, jetzt mit Akani anzugreifen. Ach, jetzt muss ich halt dafür leiden. Scheiße. Wir haben es überlebt. Machen wir jetzt Blitz. Ja, es war zum Scheitern verurteilt. Gut, jetzt könnten wir Clara reich gebrochen, weil Clara ist ja... Okay, ich weiß jetzt. Umgekehrte Logik, aber es muss sein. Los. Surfer. Wir haben wenigstens eine Genauigkeit geschwächt, deswegen darf ich das erst mal... eher harmlos gegen Übertritt. Dass Clara den Hintern versucht bekommt, finde ich gar nicht schön. Ja, also, was geht im nächsten Part weiter. Hier, auf dieser tollen Route. Ciao.